Was ich überlege ist, im Fall dieser eine Takt zwischen der ersten Hook und ihrem Einsatz steht, hört ja alles auf, alles endet auf einem Atmer. Und das fängt der Beat ohne Drums im Prinzip nur noch auf diesem stehenden Bass, die Säge und dies und das. Alles baut sich auf, aber nichts passiert genau wie in deinem Part, im ersten Teil. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir gehen aus, der Sturm ist jetzt vorbei. Alles was ich sehen kann, ist alles was ich geben kann, ist was es wurde mit der Zeit. Bitte halte mich fest. Lass ihn nie wieder los. Auch wenn es manchmal stressig ist, mich langsam an die Grenze bring. Ich sag auch schon das Ende, aber Liebe ist groß. Sehen wir es realistisch. Die beiden sind auf jeden Fall richtig fette Bastarde, weil sie mich gerade... Wie heißt der Scheiß nochmal? Mörder gerade. Ja, ich habe zwei gleichzeitig gekriegt. Guck mal, sie feiern sich jetzt, weil sie einen anderen Mann gequält haben. Ja, was ist denn das für ein Mensch, Alter? Was seid ihr für ein Mensch, Alter? Das ist die Mörderqualle. Ja, ihr verpisst euch das Spaß mit, Alter. Das ist das, Alter. Das ist das, Alter. Guck mal, sie gehacken. Alle, die haben die Zeit und die Zeit sind klein. Guck mal, das ist das, wie wir sie schrauben. Lass uns die Leute schreiben. Mal anfangen gucken. Weil ich immer den Beat lief halt schon, weißt du was ich meine? Die Drums setzen da anders ein, als wenn der zweite Part kommt. Entdeckte deinen Augen und der Rest wird egal. Gib mal nochmal den Anfang, ich brauch mal den Tisch in den Anfang. Die Welt steht in Flammen, wie schnell an der Wand geht Das Geld aus der Hand, in dem Mund muss man wieder los Bis nur am Boden wird, denn niemand wird riesig tot Ich bin nicht gerade gefangen in den Sonnenblick träumen Nur solange bist der satt, man nicht unterpflichten Links und Drecks, Chaos und Widerstand Persönlich rekt die Form, versteht Pathos in Niemandsland Das Zulassen von Emotionen, Rache und Wut Rente zwischen nur du böse Metronomen, Schaden suchen Liege wach, bis der Wecker mich zwingt Da wo morgen Strategie ist, war noch gestern Instinkt Will nicht verlieren, was mich ausmacht als Mann Hau die Faust in die Wand, vor einer Aussage und Kamp Halte fest an meinem Glauben, hier bist du strescht nur mit Qualen Entdeckte deine Augen und der Gästen und die Garten Es ist da stand und so wie ich war, Es ist da stand und so wie ich war, Was hält dich währenddurch Die Lichter gehen aus Der Sturm ist jetzt vorbei Der Sturm, der noch mal zu holen So, ne? Der Sturm, der Sturm, der Sturm noch mal holen Jetzt hört man den Track nochmal ganz anders Ja Aber wie war ich los? Boah Ja Ich fülle mich nicht Ich fülle mich Ja Ja Ich fülle mich nicht Ich fülle mich auch, ich fülle mich auch Mit mir ist, was ich probiere mich auch Du musst wirklich Ja Ja Bis zum nächsten Mal. Ich sagte, weißt du, wie oft ich dich gefilmt habe? Wie, du warst nicht dabei, die ganze Zeit. Hier haben wir übrigens schon wieder Christina im Bild. Ich stelle euch jemanden vor, den ihr noch nicht gesehen habt. Marco, bitte. Wieso bist du nicht da? Was ist das denn für ein Blödsinn? Hi. Sag mir mal kurz, was hast du mit dem Knochenbau von Victor angestellt? Gar nichts. Aber es hat eben laut geknackt. Es hat die dumpfe Schallumgebung erhellt. Ich war nicht dabei. Du bist noch auf der Warteliste? Auf der Warteliste wofür? Hier. Hier. Die Warteliste ist groß. Wir können euch einen Termin buchen. Der Mann ist kostengünstig. Kommt mit einer Liege zu euch nach Hause für einen Stundensatz von 527,39 Euro. Also bucht euch jetzt eure Termine. Frag noch mal. Ja. Ja, ganz toll. Ganz toll. Boah, das ist geil, Ruben. Das ist so geil. Kannst du es nochmal machen? Ja, das ist richtig geil. Ruben, können wir noch? Ja. Guck mal. Ähm, kannst du dasselbe? Oktavieren? Uuuh. Aber dann in die Hook rein. Mach das Geräusch nochmal. Ich will das Geräusch nochmal haben. Uuuh. Uuuh. Wir machen das zusammen. Pass auf. Was spielst du jetzt als erstes? Als erstes? Okay. Und dasselbe? Geh mal bunt runter. Da oder? Da muss eine Oktave sein oben. Kann noch höher sogar sein. Da ist ein Ton höher. Ein Ton höher. Zwölf Semis? Hä? Zwölf Semitöne? Semitöne? Zwölf. Das ist elf plus eins. Oder zehn plus zwei. Okay, ich spiel das selbe mal. Also das hier, ne? Ja. Ich versuch's mal. Mach ja. Sau, schau, das sind selber. Eben, es ist nur für mich. Wir haben gerade die Boys überredet. Das ist doch brachialisch. Sie haben drei Platten, ne, vier Platten gekriegt. Und die Ansage war, sie müssen aus diesen vier Platten einen Beat kreieren, der, was weiß man, was habe ich nochmal gesagt? Wie muss der sein? Brachialisch. Brachial, hypnotisch und emotional. Mit emotionalem Tiefgang. So, und jetzt drücken wir mal diesem Herren das Handy in die Hand, damit er nach vorne gehen und filmen kann. Das ist alles eingefriedet. Boah, ey, wirklich. Aber das war krass. So, und jetzt drücken wir mal. So, und jetzt drücken wir mal. Oh, mein Gott. Ah, okay, okay, geil. Jetzt ist es nicht mehr dann mehr hoch. Ja. Jetzt ist es nicht mehr hoch. Sowas wie, ähm, vergisst du das? Vielen Dank.